Ende der 90er, 1999, dahin springen wir jetzt musikalisch, da wurde dieser Hit mit Gold belohnt. Michael Cretou hatte ihn, den Interpreten, für sein Musikprojekt Enigma engagiert, produzierte aber auch das Album, auf dem dann dieser 90er Jahre Erfolgssong zu finden ist, mit All Out of Love. Passt doch. Hier ist Andrew Donalds. Das war's. 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 Das war's.